In dieser Folge dürfen wir keine anderen Waffen verwenden, außer blaue Granaten, Clustergranaten und Impulsgranaten. Und wir probieren damit, eine Runde zu gewinnen. Wer überlebt länger? Let's go! Es geht um 10.000 V-Bucks. Sind wir starting? Seid ihr bereit? Es geht los! Es werden heute die schwerste Challenge aller Zeiten sein. Und zwar die einzigen Waffen, die wir benutzen dürfen, sind Granaten, Jungs. Schildbreaker dürfen wir auch, Bayern, ne? Schildbreaker-Granate, Impulsgranate, Pömpelgranaten. Alles, was mit Granaten zu tun hat, dürft ihr heute benutzen. Und wir müssen damit probieren, natürlich die Runde zu gewinnen oder länger überleben. Wer am längsten nur mit Granaten überlebt, bekommt 10.000 V-Bucks, Bro. Aber aufpassen, der kommt flach. Auch euch zwei Granaten, darf ich die benutzen? Ich hab ja gesagt, der kommt flach. Guck mal, das Ding ist, ich bin eine Granate, das wissen die Leute. Ihr seid... Was sind wir? Junge, ihr habt jede Challenge gegen mich verloren bisher. Was, Papi? Ey, Digga! Da gebe ich ihm recht. Nein, das stimmt nicht. Natürlich habt ihr jede Challenge gegen mich verloren. Die Leute lachen euch aus, Junge. Ja, wenn der K. dabei ist immer meistens, dann ja. Wie willst du mir die Schuld geben? Alleine hab ich schon nicht gewonnen. Ja, einmal vielleicht hast du gegen mich gewonnen. Zweimal. Junge, ich bin euer Vater, so gut bin ich. So ein Ding ist das. Papa? Ja? Ja? Bist du's, Papa? Ja, ich bin's. Sag mal ehrlich, habt ihr schon Granaten? Habt ihr schon Granaten? Nee, ich hab da keine Granaten. Das Ding ist halt auch, ich sag euch... Oh, Schildbrecher-MP-Granaten. Oh, das meine ich nämlich, diese Schildbrecher-Granaten, Freunde. Ich hab welche. Die entfernen nämlich das komplette Schild vom Gegner und sind meiner Meinung nach OP. Weil wenn ihr dann eine Pömpelgranate ranwirft, ist der Gegner direkt down. Ich bin ein Ruinen in Drells. Ja! Spitzhacken? Oh mein Gott, ich hab's. Spitzhacken nicht erlaubt. Spitzhacken nicht erlaubt, weil es ist zu einfach. Ist ja auch keine Granate. Ist ja zu einfach. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ist auch keine Granate. Also ich weiß nicht, ob du nicht rechnen kannst. Also ich hab jetzt schon die ersten sechs Granaten. Ich weiß nicht, ob du rechnen kannst. Dann die ganze Welt? Nee. Der war gut, Digger. Doch, der war gut. Der war gut. Was war daran? Gut, Bro. Kannst du nicht rechnen, wenn du nicht weißt, was eine Granate ist? Ja, das macht doch gar keinen Sinn, Digger. Natürlich. Wie denn? Oh, ich hab die ersten Clusterhaftgranaten. Let's go. Ich hab noch keine einzige, ne? Das sieht nicht gut für euch aus. Also ich hab sechs EMP, zwei Cluster. Ich bin gut beschmückt. Boah, ich sag euch, überlegt mal, wir haben am Ende alle Granaten und werfen die auf die Gegner rauf. Alter. Massengrenades. Und dann, ey, falls wir gewinnen sollten, zählt natürlich nachher am Ende, wer die meisten Kills hat, ne? Ja, safe, safe, safe. Boah, ich sag mal, ich sag euch wirklich, was die Meta ist. Nachher in der kleinen Zone, diese Clustergranaten auf die Gegner spammen. Die können ich machen. Und Schockwellen, Bro. Schockwellen. Oh mein Gott. Genau. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Schockgesell. Das ist krass. Aber ich werd eh gewinnen. Also ich werd mir jetzt erstmal hier gleich ein paar Gegner... Nein, ne epische Waffe. Manometer Zitronen, Peter. Darfst du nicht mitnehmen. Darf ich dich mitnehmen. Was habt ihr jetzt an Granaten generell? Das sag ich dir nicht. Oh mein Gott, ich hab vier Clustergranaten, Jungs. Oh, ich bin kurz gemutet. Sooo... Du bist gar nicht blöd genug, Schüler. War ja auch ein Joke. Das Ding ist, ich hab einen Plan und damit werd ich euch fertig machen. Also ich hab einen Plan, damit werd ich euch fertig machen. Und das Ding ist... Oh, 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 ihr habt einen ganz großen... Ja, ihr habt einen ganz großen... Wir haben einen ganz großen Fehler gemacht. Ganz großen Fehler haben wir gemacht. Wir haben einen ganz großen Fehler gemacht. Ihr habt doch einen Fehler gemacht, das soll ich euch ehrlich... Ihr habt einen Fehler gemacht, den ihr... Oh mein Gott. Oh, nee. Ich hab zwölf Impeg. Nein, nein, nein. Okay, Jungs, ich hab gewonnen. Was hast du? Das hast du? Nee, also ich hab nur Stanley zitiert. Sorry. Oh, hier ist ein Lamy bei mir. Jungs, hier ist ein Lamy. Darfst du nicht aufmachen, jetzt keine Granate. Ja, doch. Oh, der will mich abschießen, der kommt zum Lama. Oh, nach vorne sind die ersten Gegner. Die Frage ist nur... Ich muss abhauen, Leute. Er will mich abschießen beim Lama. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Mein Auto ist gleich tot. Bro, sind das Bots oder ist er das Spieler? Savile down. Nein, nein, alles gut. Also bei mir sind die ersten Spieler, ich könnte direkt raufgehen. Mit Granaten. Mit Granaten. Mit Granaten. Mit Granaten. Ich hab auch Granaten. Dürfen wir NPCs anheuern, ja, ne? Ist das verboten? Hä, warum nein? Ist doch nicht verboten. Hä, natürlich. Warum nicht? Hä, warum ist das verboten? Weil sie schießen. Ja, und? Hä, und? Du kannst trotzdem NPCs anheuern. Hä, wo ist denn der NPC hier? Ich seh den gar nicht. Komisch, der NPC ist hier gar nicht, obwohl er mir auf der Map angezeigt wird. Das ist ein bisschen jomisch. Hier ist einer. Darf ich die überfahren? Nee. Nee, das darf man scheitern nicht. Oh, da sind diese Pro-Player bei mir. Oh Gott, das wird echt. Ich hab den ersten Kill, ich hab den ersten Kill. Laber nicht. Ich hab den ersten Kill, Jungs. Was? Es sind zwar nur Bots, aber trotzdem. Erster Kill. Laber nicht. Okay, Leute, jetzt müssen wir uns reinhalten. Erster Kill. Das Problem ist, ich hab jetzt keine gerade Art mehr. Ich find keine. Das ist das Problem. Ich hab keine Granaten mehr. Nein. Du hast den Kill gemacht. Nee, der ist doch nicht gefinisht. Die könnten auch wiederbeleben. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh mein Gott. Wie ist der? Bro, die werden jetzt wahrscheinlich wiederbeleben. Leute, ich bin grad fast gestorben, aber ich hab nur Riss aktiviert. Auf ganz entspannte Relation. Was ist viel Riss? Gibt's Risse jetzt wieder? NPCs, ja. Achso. Ich muss abbauen hier, Freunde. Das ist egal. Also ich sag euch ehrlich, vier Granaten reichen nicht. Man braucht mindestens, ich will jetzt nicht lügen, man braucht mindestens acht Granaten, um irgendjemanden zu killen. Ja, und ich hab nicht mal eine. Nein, oh, die schießt auf mich. Die schießt auf mich. Ich hab nicht mal eine. Das geht halt jetzt bis zum Late-Game. Ja, das Gute ist halt, wir können hier halt... Oh, ich hab noch einen Kill. Loan, ich hab wirklich einen Kill. Ich hab einen Kill. Let's go. Mit Pistole. Stannier mit Pistole. Nein, 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 mit Granate. Warum war das denn unten im Chat mit Pistole? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat irgendjemand anderes den gefinished, weißt du? Boah, weiß ich nicht. Juri, ich hab's doch im Video. Ich hab ihn gekillt mit Granate. Muss ich ausnahmsweise mal dein Video gucken. Ja, könnt ihr ja noch machen, aber ich hab ihn grad fair. Jungs, wo findet ihr die Granaten? Nochmal Software-Recation. Hab einen auf 10 HP runtergeworfen und dann, äh, jo. Ich sag aber, überleg mal, wie krass das im Endgame ist, wenn die Zone klein ist und die nicht weggehen können. Wir können Schockwellen plus alles andere. Ja, und wir können die Rausschockwellen und so. Ende wird heftig. Also Ende wird unnormal krank, glaub ich. Das Ding ist halt jetzt, wir brauchen einen guten Loot. Ich nehm auch ein bisschen Heal mit, das verrate ich euch auch. Ein bisschen Heal, kleiner Tipp vom Experten. Ich hab schon Heal. Das ist korrekt von dir, Bro. Für den Tipp. Das ist sehr nett von dir. Viele Danke. Äh, ich frag mich, für was gibt's da eigentlich Raketen aktuell? Gibt's überhaupt ne... Hä? Was braucht man Raketen aktuell? Raketen für Dinger. Grenade-Launcher gibt's denn noch? Also ich finde, Grenade-Launcher... Moin. Könnte man... Bro, ich sag ehrlich, Grenade-Launcher, finde ich, könnte man auch erlauben. Nee, nein, nein, nein. Grenade-Launcher gibt es nicht. Doch. Nur Granaten, aber es sind erlaubt. Nee, Grenade-Launcher ist auch nicht... Granaten ist Granaten, du dumm Schüler. Hey, Grenade-Launcher, Granaten... Granaten-Launcher. Ich dachte, wir spielen aber nur Granaten, die aus der Hand geworfen werden. Aber gut. Wenn ihr wollt, dann können wir's gerne machen. Du machst auch immer neue Regeln, wa? So ne Labertasche. Also Granatwerfer dürfen wir benutzen. Oh, lass mir die Granaten! Ja! Also ich würde sagen, wer Granatwerfer findet, falls die noch gibt, kann die nutzen, ja. Nochmal Granaten! Let's go! Bro, warum findet ihr Granaten? Let's go! Wieder viel Streck, Freunde. Sag doch nicht immer ihr! Du hast doch auch schon Granaten! Ich hab' zwei! Ja, ich hab' null! Oh mein Gott, Granaten! Hast du jetzt sechs Stück, oder was? Nee, ich hab' jetzt zwei, aber ich muss sparen. Ich muss auf jeden sparen. Ja, ich werde auch nur noch fürs Endgame nehmen. Ich hab' jetzt eh'n Kill, ich werde sie nur noch fürs Endgame einsetzen. Nur noch Endgame. Mal gucken, in der Kiste jetzt hier. Ach, Digga, ich öffne halt auch jede Kiste, es ist nix drin, ey. Ja, weil du nur bist. Zevil! Zevil! Heul auf Mute, bitte! Ja, wirklich! Aber Leute, es ist so! Hör mal, jede Challenge höre ich nicht nur heulen! Ja, ich find halt Real Talk nichts! Oh, warte mal, das Schild darf ich auch benutzen, oder ist es verboten? Hä? Du hast doch schon Pool-Schild! Solang du das Schild schießt, würde ich sagen? Nein, das Schild darfst du nicht benutzen! Aber wenn du nicht schießt, ist doch nur Deckung! Nein, durf' er nicht, durf' er nicht! Ah, okay, okay! Wieder neue Regeln! Ja, weil er da ne Waffe in der Hand hat! Aber ich schieß doch nicht! Ist egal, ist egal! Okay, ich glaub, er ist gegen dich selber! Aber, ein Granaten-Lounge ist keine Waffe in der Hand! Junge, weil's Granaten sind! Ist okay, ja, ist okay! Aber er benutzt das Schild doch gar nicht! Ja, aber, okay, wenn er einen Schuss macht, ist es schon benutzt! Ja, okay, disqualifiziert dann! Ja, also für mich ist das, ich hab auch ein Schild gefunden! Ich hab's nicht genommen! Ich spiel lieber fair, weil sonst muss man nachher anhören! Junge, ihr verliert eh gegen mich! Was sappelst du, Dummschüler? Ja, gucken wir mal! Alles gut! Hier, mal gucken! Oh, schade, die gibt's nicht! So, ich hab jetzt eine gute Idee! Eine sehr, sehr gute Idee! Oh mein Gott, ich hab nen Granatautomaten gefunden! So, noch... So ein Spinner! Äh... Ich hab nochmal Dings! Was hast du? Oh mein Gott! Ich hab etwas, was... Ich hab gewonnen, Jungs! Was hast du? Kann ich euch jetzt nicht sagen! Ich hab nen Granatlautscher! Ach! Ja, vorbei, vorbei, vorbei! Ja, Philipp, hör auf! Immer so rumzutrollen! Ja, vorbei! Ich glaub, auch das Trollen haben wir von ihm! Also, und auch das Lügen! Das ist übel auf uns abgefärbt, tatsächlich! Schlechter Einfluss! Also... Ne, das müssen wir an der Stelle mal so sagen! Oh mein Gott! Auf'n Zug sind Leute! Auf'n Zug sind Leute, Jungs! Aaaaaaah! Bei mir sind... Bro! Ich geh in diesen Keller und ercampen! Zwei Leute haben gecrouched! Jaaaaah! Ja, ich bin raus! Ich glaub's nicht! Jetzt nur noch Mirkan und Stanni, Leute! Schleppel ist raus! Mirkan ist gleich auch raus! Und guck mal, Freunde! Aber man hat ja vielleicht noch zum Reviven Regeln! Ja, man könnte nicht reviven! Aber ich würde nicht reviven, dann musst du halt Granaten für mich besorgen! Ja, ich hab' aber gar keine! Oh, bei Gott! Auf'n Zug, da geht's richtig ab! Wir können ja vielleicht nachher mal eine Karte holen! Äh, MBK, was machst du da? Äh, Auto schlafen, Auto müde! Junge, ich hab's grad gemerkt! Ich geh jetzt Hevel holen als Ehrenmann! Was?! Okay, das ist krass, Leute! Das ist krass! Bro, aber passt auf nicht, dass die da noch immer im Keller da chillen! Und Granaten als wir holen! Es wird wieder Granaten! Oh mein Gott! Was geht bei Stani? Oh mein Gott, Bro! Mal gucken, Leute, ich bin der Kommentator jetzt! Oh mein Gott, Bro! Ich hab' gerade, da waren gerade Leute auf'n Zug und ich war da auch auf'n Zug! Stani hat... Acht Granaten! Ey, hier ist ein Bot! Hier ist ein Bot! Das Ding ist, soll ich jetzt noch einen Kill machen, Leute, oder? Kein Kill! Komm' mal, Stani, Mirkan ist korrekt und holt meine Karte! Yeah! Ja, wo ist der denn? Du bist weit hinten! Ich bin jetzt weg da! Naja, ne, es geht noch! Die Zone zieht ja nur eins! Bro, du bist 500 Meter weit weg! Ja, das ist gut! Was redest du? Mirkan aufgeregt! Das war echt ein bisschen pech! Freundschaft hat keine Distanz, Stani! Ja! Das kennst ja du nicht bei uns, ne? Wir sind ja Gegner immer! Wir sind Gegner, safe! Junge, ich mach' hier mein Ding! Guck mal, ich hätte gerade noch'n Bot killen können mit Granaten, aber ich mach's nicht! Ich mach's nicht! Warum nicht? Weil ich auf Endgame gehe! Ja, hier unten! Hier unten war ich! Ich geh' full auf Endgame! Okay, da sind Gegner! Guck, da haben sie auf mich gewartet, Digga! Okay! Nimm das Medikit mit! Ey, der Bot nervt, Junge! Du kriegst auch mein Loot! Ich erlaub's dir! Alles gut, ey, Digga! Ich hab' ein... Jetzt bleibt mal locker, ne? Es war ein... Nein, 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 alles gut! Nein, nein, nein! Ich meine das echt korrekt! Also, wenn ich euren Loot so anziehe... Was?! Bro, ey, Stani hat so einen Lack! Was denn? Bro... Stani ist grad... Kämpft grad gegen den Bot, Bro, der hat den Kill jetzt gemacht! Oh mein Gott! Und das ist ein Kill! Erster Kill! Bro... Zweiter Kill! Zweiter Kill, meinte ich! Zweiter Kill, sorry! So, Savile, ich verantworte hier nichts! Guck mal, Savile, ich reboote dich jetzt sogar! Ich reboote dich jetzt sogar! Na, es macht mir keinen schon! Wirklich? Ich kann's dir auch machen! Habt ihr einen Medkit hingelassen? Weil man lässt ja nicht Tiere in der freien Natur ohne irgendwas raus! Ey, das ist krass korrekt! Also, das ist real-talk krass korrekt! Aber ich bin weg! Ich weiß, ihr könnt euch noch so viel korrekt Sachen sagen, wie ihr wollt, aber faktisch gesehen, ich hab schon zwei Kills! Ja, du kennst sowas nicht, Stani! Ich hab zwei Kills! Nur... Bro, weil du Bots killst! Ist egal! Könnt ihr auch, könnt ihr auch! Ja, okay! Es ist ja wild, da wird dich hin! Er geht nicht! Lustig! Lustig! Ich hab einfach richtig gelacht! Alter Stani, Mann! Junge, ich werd wieder die Challenge gegen euch gewinnen! Ich dachte, es wär ein Joke, dass es immer eine Person gibt, die keinen Humor hat! Und das bist du! Junge, es gibt eine Person, die dumm ist, und das bist du! Oh, Alter! Leute, jetzt hört mal ausfällig! Wir sind in einem Video, nicht auf dem Discord! Ja? Ja, das stimmt! So, warte mal! Wir sind in einem öffentlichen Video! Junge, ich hab so einen guten Loot, Leute! Oh mein Gott! Oh, warte mal, ich hab ne Idee! Oh mein Gott! Ich hab so einen besseren Loot! Ich hab so einen besseren Loot! Ich weiß gar nicht, ob ich die Sonne schaff doch locker! Also, Jungs, ich sag euch ehrlich, vorbei bei mir! Ich hab ja grad eure beiden Inventars gesehen! Euren Loot! Ich weiß halt, wer krasseren Loot hat! Wer denn? Ich muss jetzt nicht sagen! Ja, ich hab krasseren Loot! Das weißt du ganz genau! Alles gut! Das weißt du ganz genau, dass ich krasseren Loot habe! Ey, wenn du das denkst, dann denk das gerne! Ich denk das auch! Dann freut's mich! Also, wenn Slug down geht, hol ich ihn nicht! Das langt mir! Also, ich... Guck mal, das Ding ist, ich geh nicht down! Ich werde nicht down gehen! Okay! Ja, mal gucken wir gleich mal! Guck mal, ich werd wieder mit den Gegnern tanzen! Alles drum und dran! Machst du Samba Lamba, oder wie? Ich bin da... Guck mal, ich hab so ein Händchen für die Gegner, weißt du? Okay! Ah, du weißt, wo die immer die Bots sind, ja? Okay, gutes Händchen! Ja, das hab ich auch! Das hab ich auch ein sehr gutes Händchen! Ja, wir werden auch gleich im Endgame sehen! Also, guck mal, Jungs! Das Ding ist... Aber, genau mal bitte ganz kurz! Wenn du jetzt stirbst und trotzdem so viele Kills hast, hast du ja trotzdem verloren, ne? Ne, der hab ich gewonnen! Äh, warum jetzt wieder? Weil ihr müsst auch zwei Kills machen! Ach, Digga! Jetzt hör auf, wieder irgendwelche dummen Regeln zu machen! Ihr müsst auch Kills machen! Sein Schwachsinn bubbelt der wieder! Ne, ne, ne! Das ist die Wahrheit! So, wo sind jetzt doch Granaten hier? Ich brauch Granaten, Leute! Ja, und die ersten Giger, die ich treffe, sind richtige! Ja! Das ist halt immer so! Es ist immer so! Nein, nicht MBK down! MBK down! Das macht aber keinen Sinn! Das macht aber keinen Sinn! Du hast einfach Glück! Jedes Mal ist es nur Glück, nichts mit Skill! Jaaa... Junge, wollt ihr mich veräppeln? Ich mach euch... Nein, das ist nichts mit Skill! Junge, wollt ihr mich veräppeln? Ich mach euch drei Runden hintereinander fertig bei Challenges! Oh, ja! Ihr teamt zusammen! Und ihr sagt, das ist Glück! Was ist ein Team, man? Und ihr sagt, das ist Glück! Junge, du mit deinem Team! Er hat nicht gesagt, ich weiß, was du auch hättest eigentlich machen sollen! Ihr Team wieder! Ja, ja! Fünf Minuten Regeln gibt's bei Steini nicht mehr! Für ihn sind nur noch Feinde! Es gibt für ihn gar keine Freunde mehr! Für mich gibt's nur noch Gewinnen oder Verlieren! Gewinnen oder Verlieren, ja! So, das... Haupttier nennt man sowas! Das ist wichtig, Leute, das ist wichtig! Man sollte auch ein bisschen Menschlichkeit bewahren! Menschlichkeit gibt's bei mir nicht! Ich will meine 10.000 Vivax haben und dann ist gut! Krass! Krass! So, Leute, nächste Show... Oh, hier sind viele Kisten! Ich würde euch überall verkaufen für 10.000 Vivax, also... Meine ersten Clusterhaftgranaten, Leute! Wow! Ey! Oh mein Gott! Zählt er deine Kisten? Ich hab vier Impulsgranaten, damit ich die Gegner nicht... Aber er meinte doch, es zählt! Nein! Zählt nicht! Hast du grad nicht zugehört, was er gesagt hat? Ja, Jungs! Spielt einfach zusammen! Spielt einfach zusammen! Magische Kisten! Ey! Oh mein Gott! Leute, ich kann die Gegner so rausimpulsen! Ich kann die Gegner so rausimpulsen! Wenn du down gehst, dann die 10.000! Deine Kills nicht, logischerweise, ne? Doch, die 10! Weil dann bist du ja out of game! Warum zählen die dann? Warum zählen die dann? Oh mein Gott! Ich hab so einen guten Loot jetzt! Okay, vorbei! Für euch, das war's gewesen! Es zählt nicht! Jungs, das war's! Das war's! Nee, das war's! Jungs, ihr könnt Team! Ihr könnt Team zusammen! Ihr könnt zusammen Kills machen! Ihr werdet niemals zwei Kills machen! Und niemals so gut sein wie ich! Seven und ich haben noch nie geteamt! Ihr teamt jede Runde gegen mich! Ich weiß auch nicht, wo er das hat! Ey, ich hab so einen kranken Loot! Ja, weil er dann... Er pusht sich noch mehr, weil das dann so ein auf den 2 gegen 1 ist! Ja, so, ja, stimmt! Bro, ich hab so einen guten Loot gerade! Ich hab so einen guten Loot gerade, Jungs! Guck mal, ich bin leise! Ich red auch gar nicht so viel! Weil ich guck jetzt mal... Ja, weil du dünnes Müllquatsch, Bro! Bei mir ist ein Gegner, die fighten! Ja! Ich bin da auf die Gegner, hab mich geholt, hab in die Ecke gecampt! Ich bin Seven und bin ein Loot! Nochmal Clustergranaten! Oh mein Gott! Alles gut! Wir singen ja, wir haben am Ende länger überlebt! Ey, man kann nur vier Stück mitnehmen! Nein! Ich hab ganz viel Bauzeug mit! Ich hab sechs Stück jetzt! Sechs Clustergranaten! Seville down! Was laberst du? Ich bin doch gar nicht down! Wie denn? Seville down! Uh, da ist viel Loot hier auf dem Sale, Leute! Vielleicht können wir hier... Was Gutes absnacken! Auf jeden Fall! Uh, ja! Wir haben gut was abgesnackt hier! Schön im Tresor bin ich hier! Lecker, lecker, lecker! Keine Ahnung! Stark, wichtig! Über Steine gewesen! Ja, gut, 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 gut! Leute, es leben nur noch... Ich guck mal kurz auf die Karte! Okay, vier Teams! Mit uns vier! Also drei Stück! Ey, ich sag ehrlich, wir könnten sogar... Autokompt! Das bin ich! Das bin ich! Wir könnten sogar die Runde gewinnen! Wenn wir alle im Endgame die Granaten auf einen werfen! Ach, jetzt sollen wir mit dir teamen! Nee, ihr Team... Nein, ihr könnt zusammen teamen! Ihr, ich meine euch beide! Euch beide! Oh, schieße! Ah, okay! Jetzt müssen wir teamen mit Stani! Okay! Stani kennt keinen Aussicht, da fängt einfach an zu schreien! Das ist krass! Ey, Leute, das sind so dumme Schüler, ey! Ich kann mit denen nicht mehr arbeiten! Ich kann mit... Was ist das? Junge, ihr seid auch für mich nur Arbeitskollegen! Ich sag' ehrlich! Ohne Spaß! Oh Gott! Oh Gott! Nein, 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 nein! Das sind Gegner! Nein, 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 nein! Warte mal! Das waren nicht Zwei-Klasse-Ganaten! Das waren vier, die ich gefunden hab! Echt jetzt? Das waren einfach so ein Vierer-Stick! Danke, Bro! Willst du einsteigen? Komm, steig ein! Guck mal, wie korrekt ich bin! Ja, Samy! Tu nicht so, du dumme Schüler! Ja, guck mal, wie korrekt ich bin, Mürkan! Ich hab jetzt Stani mitgenommen! Tu nicht so! Junge, du hast nicht... Nimm dich mit! Ey, kuss Stani auf der Rückbank mal leise! Na, der ist schon weg, der Stani! Oh, Leute, Leute, Leute! Das sind Leute... Bro, er geht auf Kills! Er geht auf Kills! Willst du das auch zunehmen, dass wir getrennt? Guck mal, das schenke ich euch! Guck mal, wie korrekt ich bin! Guck mal, wie korrekt ich bin! Das schenke ich euch! Das schenke ich euch! Äh, da fliegen welche, Bro! Da fliegen welche auf uns! Da fliegen welche auf uns! Okay, muss ich abhauen! Jaaaa! Die sind gleich wieder down, Leute! Die sind gleich wieder down! Ich tauch mit dem... Das Auto kann ja tauchen! Ich war ganz unten im Meeresgrund mit dem Auto grad! Was?! Ja, ja, das kann tauchen, Bro! Das ist ein U-Boot, weißt du? Ey, it's real talk! Das ist ein U-Boot! Geschichten aus dem Paulaner-Gast! Da kommen Leute! Leute, ohne Witz, guckt mein Video! Egal! Guckt! Ist ein U-Boot, Bro! Ich bin auch U-Boot-Fahrer! Ich bin U-Boot-Fahrer Stani! Oh Gott, ich bin so gut in der Zone, Leute! Und ich hab so'n gut Loot! Also, ich werd safe gewinnen! Ey, was für Loot finden wir bitte? Also, ich werd safe gewinnen, Junge! Ich hab so'n gut Loot! Soll ich euch sagen, was ich habe? Ich habe 10 Impuls-Granaten! Und, äh, sechs Cluster-Granaten! Yo, ich werd das Ding so reißen! Nein! Nein, 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 bei mir! Das war's, Jungs, mit euch! Seville wieder down! Und Seville wieder nur am rumschreien! Äh, 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 äh! Die gehen wieder auf mich! Niemand! Das ist Glück, dass ich gewonnen habe! Ist jetzt so schwer gerade! Junge, ich spiel' aber schlau, Freunde! Ich spiel' schlau! Und wenn man so schlau spielen will wie ich, muss man auch so gute Skills haben wie ich! Digga, Mann! Digga, Mann! Warum kommst du denn immer mir hinterher, Digga? Ja, 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 immer dir hinterher! Ach, Bro, Digga! Es nervt, Digga! Ja, ja, ja! Die gehen immer nur alle auf dich! Alle, alle gehen immer nur auf'n Seville! Seville, äh, Seville! Bro, zwei Leute wieder bei mir! Alle gehen immer nur auf'n Seville und Seville ist down! Und wieder gegen Seville gewonnen, Leute! Let's go! Seville, weißt du, warum die auf dich gehen? Weißt du, warum die auf dich gehen? Nein, it's a real talk! Weil du der Beste bist, Seville! Du hast ne Medaille dabei! Bist du verloren? Ah! Warum hast du ne Medaille dabei, Seville? Hä, von wo hab' ich die Medaille gehabt? Bro, da merkt man, wie dumm er ist, Freunde! Keine Ahnung! Nein, ich hatte keine Medaille! Das war nicht ich! Doch, doch! Ich seh' dich doch! Ah, das waren die Gegner! Leute, da merkt man, wie dumm Seville ist! Nimm dein Medaille mit und wundert sich dann warum die Ganglaing da rennt! Ach ja, du hast nichts mit Medaille! Ich hab' keine mitgenommen! Ja, ja, ja! Nimm Medaille mit! Wie K-Wosh deckst du dich denn? Deine Kills bringen dir gar nichts, wenn ihr als erstes down geht es, Bro! Ja, ja, ja! Ich werde angeschossen und ich werde angeschossen. Jaaaaaah! Jaaaaaaah! Gar keinen Sinn! Gar keinen Sinn! Ey, Bro. Ja, aber weißt du, was halt Stunny macht? Also ich muss sagen, er campt halt immer. Guck mal, ganz kurz. Ganz kurz für uns. Zwei Bot-Kills und ab da an campt man nur. Und du bist stolz? Ja, das ist Stunny, Bro. Das ist Stunny. Aber ich günst ihm. Also er macht es ja schon richtig, weil es geht um länger überleben. Eigentlich müssen wir auch campen. Ne? Wenn es darum geht. Hater. Lass die Hater haten, Leute. Deswegen GG schon mal an Stunny. Muss man sagen an der Stelle. Gut gespielt. So. Ich glaube, ich werde jetzt auch die Runde gewinnen, irgendwie. Die sind übertiert. Ne, die haben mich noch nicht gecheckt. Ich glaube, die haben mich nicht gecheckt. Ja! Was ein Ehrenloser. Ey, Freunde, Ehrenloser. Ja, man sieht hier gut gespielt. Der hat zehn Wins, Leute. Macht da einen auf dicke Welle und ich bin alleine. Ey, so strauchig. Aber ich habe mal wieder gegen Seven und MBK gewonnen. Das ist die Hauptsache, Leute. Lasst ein Like und ein Abo. Da checkt natürlich auch die Loser ab. Tschö, bitte. Diedoso. Da. Da. Da.